Meine lieben Zuschauer, gestern waren wir sehr stark fundamental orientiert unterwegs. Heute ist es eher etwas für die Chart-Maximalisten. Ich habe drei geniale Setups, die unsere automatisierte Chart-Software gefunden hat und die würde ich gerne mit euch besprechen, um euch zu sagen, ab welcher Marke wir bereit wären, einen Einstieg zu finden. Im Übrigen sind diese Setups nicht nur von unserer Chart-Software analysiert und gefunden, sondern wir haben auch eine Liste, das nennt sich Formationen Daily. Und dort kann man sich anschauen, welche Setups aktuell besonders interessant sind. Wer jetzt 500 Werte da drin erwartet, den muss ich enttäuschen. Dafür ist die Arbeit schon getan und es ist so, dass man zum Beispiel bei Enel der Chile Folgendes sehen kann. Wir sehen hier einen extrem starken Anstieg zwischen September 2022 bis in Juli 2023. Seitdem muss man sagen, hat die Aktie in der Spitze 35% verloren. Nichtsdestotrotz, im Jahr 2024 konnte Enel de Chile EBITDA-Wachstum verzeichnen von 46% und Enel de Chile ist auch das erste Energieversorgungsunternehmen in Chile, was komplett auf Kohle verzichtet und deswegen auch mit ihrer Arbeit sehr gute Margen erzielen kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass es nach einem Sturm in Chile zu weitreichenden Stromausfällen gekommen ist, sodass die Regierung in Chile gesagt hat, sie wollen mal schauen, ob das mit den Konzessionen so passt. Enel de Chile kann man sich überlegen. Natürlich, italienische Enel ist zu 65% daran beteiligt. Was mir so gut gefällt, ist nicht nur diese sehr schöne bullische Konsolidierung. Nachdem die Aktie um sagenhafte 164% gestiegen ist, gibt es eine sehr bullische Konsolidierung. Das gleiche hat zum Beispiel Bitcoin gemacht. Angestiegen, Konsolidierung gemacht. Das, was ich so genial finde, ist, dass es genau zu sehen ist, um welche horizontale Marke es sich handelt, bei 2,87 Dollar. Und da legt sich auch noch die 200-Tage-Linie oben drauf. Und deswegen finde ich die Horizontale interessant. Und passenderweise ist es auch noch die Oberkante des aktuellen Trendkanals. Das heißt, darüber ist das Potenzial gegeben, Zielzone des Doppelbodens zeigt die Enfin an und die nächste horizontale Marke zeigt die Enfin an. Das ist hoch spekulativ, das muss man wissen. Und da ist ja noch kein Ausbruch zustande gekommen. Alles, was ich sage, ist, sehr interessante mögliche Bodenbildungsformation. Und wenn ich euch noch eine Sache zeigen darf. Wenn ihr diesen Anstieg seht und diese Konsolidierung seht, und ich zeige euch das einmal im Stundenchart, da seht ihr, dass Enfin auch in einer Stunde sagt, ich erkenne hier für dich den Doppelboden, das, was wir da sehen. Und wir sehen, dass diese Widerstandszone 1, 2, 3, 4, 5 Mal schon getestet wurde und deswegen besonders sauber zu erkennen ist. Danke Enfin für die Arbeit. Ich musste nur auf die Liste schauen. Jetzt ist es natürlich meine Verantwortung zu entscheiden, wann ich das trade und ob ich auch interessiert daran wäre, hier diese horizontale Unterstützung bei 2,30 zu kaufen. Da muss man Folgendes dazu sagen. Das ist tatsächlich eine sehr starke horizontale Zone und die 61er Fibomarke des letzten Anstiegs. Gerade weil es so spekulativ ist. Ich hätte lieber den Ausbruch nach oben. Im Übrigen seid ihr total herzlich eingeladen, unsere automatisierte Chartsoftware für euch selbst zu nutzen. Und nicht nur jede Aktie, jede Devise, jede Kryptowährung ist für euch analysiert mit Unterstützung und Widerständen. Wir haben auch noch regelmäßige Masterclasses, bei denen wir euch zeigen, wann würden wir und wie würden wir für uns selbst solche Setups traden. Das heißt, in dieser Masterclass zeigen wir euch alles, was ihr braucht, um technische Analyse zu betreiben, aber auch unsere Tools zu nutzen. Und wenn ich noch einen draufsetzen kann, ihr seid auch total herzlich eingeladen, mit mir und meinem Team gemeinsam zu handeln. Ich zeige euch, ich weiß, ich habe das Beispiel schon das ein oder andere Mal gezeigt, aber es ist jetzt aktuell, Kredit Akrikol. Hatten wir zum Beispiel auf der Short-Seite getradet. Da war ein Kanal eingezeichnet, der ist mittlerweile nicht mehr eingezeichnet. Der Hintergrund ist, dass das Ziel schon abgearbeitet wurde. Deswegen löschen wir das. Wir müssen sagen, das ist die erste Zielzone. Wir haben schon angefangen, unseren Stop-Loss anzupassen. Die nächste Zielzone ist etwas tiefer. Da zeigen wir euch auch noch alle unsere Trades. Enfin Ultra, Enfin Pro, falls ihr Lust habt. Wir sind total gerne mit unseren Dienstleistungen für euch da. Die nächste Aktie sitzt auch auf einer sehr starken Unterstützung, nämlich der 200-Monats-Zene. Die ist zuletzt im Februar 2020 mitten in der Corona-Pandemie berührt worden. Ein Riesen-Bounce, denn das Unternehmen ist im Bereich Hotels und insbesondere Skiresource unterwegs. Und jetzt muss man sagen, ist die Aktie in eine sehr starke Unterstützungszone gekommen. Wieder mit der 200-Monats-Linie. Aber, jetzt muss man aber auch dazu sagen, Mann, die Aktie hat aber schon einen hässlichen Ausverkauf hinter sich. Wichtig ist, die Aktie versucht seit etwa vier Monaten eine Bodenbildung zu vollziehen. Und ich mag es besonders gern, wenn diese Unterstützung durchfällt mit einer offenen Lücke zum Widerstand wird. Und wenn das rausgenommen wird, dann ist das ein besonders starkes Signal. Gerade, weil diese Bodenbildung über mehrere Monate gelaufen ist. Und, guck mal, 200-Tage-Linie, horizontale, offene Lücke. Also, kann sein, dass die Aktie da durchgeht. Ich muss sagen, falls die Aktie da durchgeht, dann jubele ich allen zu und sage, genial, ich hätte lieber den Rücksetzer. Und dann mit Zielen 200, 210. Und vor allen Dingen deswegen, weil ich ungern durch diese Widerstandszone durchdähen will. Aber, wenn er die 200-Tage-Linie rausnimmt, wenn er die offene Lücke rausnimmt, wenn er diese fette Horizontale rausnimmt, ja, das, was ehemals Widerstand war, ist jetzt potenzielle Unterstützung. Und deswegen von hier aus das Potenzial für die nächste Bewegung auf der Long-Seite. Und ein weiterer Grund, warum ich da nicht durchdähen will, ist, guckt euch das mal an, die Aktie ist um 15% in gerade mal zwei Handelswochen gestiegen. Und deswegen, entweder durchgehend zurückkommen, würde ich genial finden, oder lasst dir Zeit, Kumpel. Lasst dir hier Zeit und teste das immer wieder, schwächt das immer wieder. Und dann hätte ich auch die Bereitschaft, das sofort auf der Long-Seite zu handeln. Auch hier, wie ihr seht, also, das ist meine Linie, nur, dass ihr das mal einmal seht. Und wenn ich, Entschuldigung, wenn ich hier einmal die Analysen ausschalte, dann seht ihr, das ist alles voll automatisiert eingezeichnet worden. Und das vereinfacht die Arbeit ungemein. Und nochmals, die Listen, die wir haben, bei denen wir euch zum Beispiel, auch besonders starke Unterstützungen, die Enfin findet, einzeichnen können. Zum Beispiel Johnson & Johnson, da haben wir unseren Klienten eine Liste, stellen wir zur Verfügung, wo dann besonders starke Unterstützungen bei Aktien dargestellt werden. Wenn man sich zum Beispiel dafür interessiert, mittelfristig aus technischer Sicht starke Unterstützung zu erkennen, ist ebenfalls in einer Liste drin. Würde mich freuen, falls das für euch in Frage kommt. Und last but not least, heute machen wir wirklich Speed-Analyse. sind wir bei PVH, einem Unternehmen im Bereich Bekleidung. Und auch da muss man sagen, mega, klare horizontale Zone von Enfin erkannt, 200-Wochen-Linie, also eine fette Unterstützung. Und mittlerweile versucht auch PVH hier, einen klaren Doppelboden auf der Long-Seite aufzulösen. Nochmals von einer sehr, sehr starken Unterstützung kommend. Und interessanterweise, auch hier muss man sagen, 200-Tage-Linie ist auf dem Weg. Und von der letzten Abwärtswelle die 61er Fibu-Marke. Deswegen, wenn ich es mir aussuchen kann, auch hier, danke, bitte. Lass dir Zeit, damit wir sehen können, ja, das ist genau die Marke, auf die es ankommt. Oder für den Fall, dass der Markt sofort nach oben durchbricht, das eine ist in weiß, nee, das ist in blau. Für den Fall, dass der Markt direkt durchbricht, hätte ich gerne den Rücksetzer. Und Obacht, gerade wenn der Markt läuft, 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 seht ihr, die Horizontale ist richtig erkannt. Manchmal tendiert der Markt dann zu tieferen Pullbacks in Richtung dieser offenen Lücke, in Richtung der psychologischen 100. Und deswegen, mega starke Unterstützung, interessante Bodenbildung, nur jetzt in den Widerstand hinein, trotz des potenziellen Doppelbodens, wäre ich aktuell eher zurückhalten. Und deswegen muss man sich eins immer wieder verdeutlichen, wenn man starke Unterstützung kaufen möchte, dann kann man entweder die Unterstützung direkt kaufen, so wie wir das bei Johnson & Johnson zum Beispiel eine sehr starke Unterstützung haben, oder es ist besonders interessant, wenn diese Unterstützung nicht nur eine einfache Unterstützung ist, zum Beispiel eine horizontale, sondern die 200-Wochen-Linie dazu kommt. Es ist auch die 61er Fibromarke, die scharf getestet wird, um dann anschließend über einen längeren Zeitraum eine klare Bodenbildung zu machen. Hier findet die Bodenbildung erst seit drei Monaten statt. Und dann hast du eine, wie soll ich sagen, solide Basis. Und diese solide Basis kann dann nach oben fortgesetzt werden und hat dann das Ziel im Bereich von konservativ. Zeigt entweder an 120 bis in Richtung 125. Kurze Ausgabe, drei sehr interessante Setups, die wir aktuell derzeit beobachten. Alles Doppelböden von wichtigen Unterstützung. Hoffe, dass die Ausgabe für euch hilfreich gewesen ist. Gerb durch Wurz.